wir gehen rein ins erste video heute ein neues porsche trade-up es ist mittlerweile leider schon zehn tage her in letzter zeit gibt es mir einfach mental nicht so rickend deshalb hat sich ein bisschen aufgestaut aber nichtsdestotrotz werden wir es uns jetzt anschauen so wir gehen rein in luxusskulpturen gebaut um ein porsche zu kaufen ich gehe rein let's go eine zeitlose marke bekannter für legendäre sportwagen zu bauen die die herzen eines jeden auto enthusiasten höher schlagen dass selber ein porsche zu besitzen ist aber gar nicht mal so einfach das liegt nicht nur an extremen nachfrage sondern auch an den preisen was wäre also wenn wir es schaffen würden den traum von porsche für jedermann greifbar zu machen und damit noch richtig kohle zu verdienen herzlich willkommen zu folge 8 von porsche trade-up bevor wir aber jetzt mit dem video starten es sind einige retouren wieder bei tarmac in den shop gekommen also viele sachen in allen größen wieder verfügbar checkt den ersten link in der video beschreibung oder die produkte direkt unter dem video für ein neues shirt neuen sweater ziphully oder eine neue hose vielen dank für euren support und viel spaß mit dem video bisher haben wir rund 2500 euro verdient was eine menge kohle ist aber ungefähr erst ein viertel von dem geld das wir wirklich brauchen für einen porsche 944 die heutige idee hat es aber so sehr in sich dass ich glaube dass die potenzial hat uns wirklich nah ans ziel von knapp 10.000 euro zu bringen bei einem weiteren und eigentlich viel größeren ziel könnt ihr mich aber supporten klickt den kosten weil man kriegt so ein porsche schon ab 10.000 euro ich sag's euch wie es ist ohne los großen abo button direkt unter diesem video wenn ihr es noch nicht getan habt um keines der folgenden videos zu verpassen und mich dabei zu supporten dieses jahr noch die erste million zu knacken kommen wir aber zur idee genau so ein ding gilt es zu erarbeiten auf tik tok habe ich ein video gesehen wo jemand porsche modelle baut vielleicht sagt dem einen oder anderen daniel arschem was das ist ein künstler der baut concrete models zu so ziemlich allen gegenständen die sehen ziemlich cool aus und die ziemlich holy shit noch nie gehört aber es unfassbar geil aus alter wie geil ich teuer auf tik tok ist dieser jemand eben hergegangen und hat selber concrete models also beton modelle von autos gebaut vor allem von 911 und ich habe mich gefragt ob wir das nicht im großen stil machen können in etwas größer bin ziemlich groß sogar ich glaube dass sich die letzten jahre das interesse von so street wear auch viel zu interior geschifft hat sehr viele junge leute sind in dieses streetware ding eingestiegen und es gibt tausende marken aber im interior bereich sind die sachen die sehr beliebt sind grundsätzlich sehr teuer und da eine möglichkeit zu bieten günstiger an ein krankes teil zu kommen wollen wir kurz darüber reden dass er gerade gefühlt alles gezeigt hat was in ihrem büro steht effektiv alles saugut ja gut aber es gibt hier in dem büro von denen gibt es auch viel so designer shit man muss da auch sagen es gibt vieles was echt nice aussieht kommen machen wir uns zur aufgabe das hier ist die form von so einem rc car also von einem ferngesteuerten auto und eigentlich schneidet man die einfach aus setzt das ding auf sein modell drauf und fährt dann damit herumgedreht ist das aber eine original form von einem 911 rsr so eine form kostet 50 euro deswegen gilt ist die im besten falle mehrmals zu benutzen den kann man sich dann schön hier in so ein regal stellen genauso wie hier und man muss nicht 3.000 euro bezahlen wie bei daniel arshem sondern wir verticken dann für 300 oder 350 und jetzt fackeln wir nicht länger rum sondern ja das ist halt dann geisteskrank 300 350 kommt man ganz schnell auf 10k dann füllen diese form aus und bauen die ersten modelle das hier sind im prinzip beide sachen die wir brauchen einmal formen trend spray und figurengießmasse ich mache das jetzt freestyle wie immer anstatt eine vernünftige form zu bauen habe ich den karton genommen in dem das ding kam und einfach t shirts reingelegt und das so ein bisschen tarmac ist auch dafür gut merkt es euch zu supporten erster test trennen zeug vergessen dreieinhalb liter brauchen viel mehr brauchen viel mehr und jetzt ein tiefer gelegter porsche das kommt also dabei raus wenn man freestyle an die sache rangeht für das erste sollte es aber reichen nach einer stunde war das erste modell boah alter sieht richtig krank aus wenn es da nicht ein kleines problem gäbe an dieser strenz frei stelle gucken wir ein stück zu weit raus um es wirklich rausheben zu können genauso wie hinten am heckflügel es bleibt uns also nichts anderes übrig als die 50 euro teure form kaputt zu schneiden nur um an das modell zu kommen krank also es wirkt für mich als hätten wir mit dem ersten versuch das perfekte material getrunken also die form einfach schnell zusammengetapet und weiter geht es weiter versuch mit aufgeschnittener form wieder zugeklebt jetzt würde ich fast sagen dass wir in der massenproduktion gehen holy shit jetzt geht es aber rund okay okay es wird interessant es ist halt asozial viel arbeit glaube ich vor allem müssen hier immer dadurch dass sie nur eine form haben da drin muss es trocknen und das dauert und währenddessen können die die form ja nicht weiterverwenden wunderbar der modell 2 rausgeholt ich finde es komplett krank los sah die erste version aus macht sich schon ziemlich gut wunderbar das hier ist version 2 was willst du dafür nehmen das hätte ich dich jetzt als nächstes gefragt 250 was hast du gezahlt im material 22 euro ohne form okay gewinnmarge op motiviert von max preiseinschätzung kaufe ich sofort einige formen nach und rase in den nächsten bastelladen um mehr von dem magischen keramikpulver zu kaufen denn so wie wir die modelle jetzt herstellen ist doch eigentlich perfekt oder im dritten versuch zerschneide ich die neue form direkt zu beginnen und konstruieren mit bauschaum eine passgenaue stützende außenschicht für mehr stabilität ist ziemlich perfekt der rest bleibt eigentlich gleich wieder masse anmischen wieder massenmixen wieder form ausgießen und wieder komplett die benötigte masse unterschätzen wieder nachträglich masse anrühren bevor die erste ladung zu trocknen beginnt und wieder einige stunden warten bis alles durchhärtet und jetzt nur noch das modell aus der form lösen abschleifen ins regal stellen begutachten und dann feststellen funktioniert schon gut aber es ist nicht fein also jetzt nach wirklich langem rumprobieren sind die modelle eigentlich immer noch zu groß man sieht die schnittkante wir kriegen also einfach kein perfektes model hin das sind zwei punkte die dazu beitragen dass es einfach nicht richtig teuer verkauft werden kann wenn ihm vielleicht wenn er sie ansprühen würde fenster abkleben und dann der rest ansprühen so würde ich mal wirklich kohle dafür blech dann muss das komplett perfekt sein und die oberfläche fühlt sich super an aber diese schnittkante wegen dieser scheiß hülle ist da und bleibt da fühlt sich so ein bisschen an wie so das modell ist mit 50 cm unheimlich groß und dadurch auch mit rund 7 kg extrem schwer damit verringert sich nicht nur die zielgruppe fürs produkt weil man eine menge platz braucht um das modell hinzustellen sondern der versand wird auch unheimlich teuer und ziemlich heikel weil es sehr leicht kaputt gehen kann weiteren ist es einfach nicht clean genug durch das aufschneiden der formen bildet sich eine hässliche schnittkante die auch durchs schleifen nicht verschwindet in meiner verzweiflung fange ich an ein alternativprodukt zu entwickeln einen halben porsche den man sich an die wand hängen kann und das ist auch alles schön und gut das endprodukt sieht sogar gar nicht so schlecht aus aber es löst immer noch nicht unser hauptproblem wir brauchen einfach ein kleineres modell die karosserie form die wir bisher genutzt haben gibt es nur in einer größe uns bleibt also nichts übrig als all in zu gehen und uns unsere eigene form zu bauen in 3d marketplaces findet man zu so ziemlich alle junge junge was ist mit dir jetzt auf einmal noch hier eigentlich formen okay die haben wir zu rein zwei haben dave ja hier kommen der 9 930 turbo der ist auch der rote 1 3d modell und für den erschwinglichen preis von 100 euro haben wir jetzt ein sehr detailliertes modell dass wir mit der hilfe eines kumpels erst vereinfachen um unserem minimalistischen look gerecht zu werden und es dann von genau diesem kumpel in 3d drucken zu lassen aber nicht nur die form an sich sondern auch alles drumherum soll besser werden um bestmögliche qualität zu erreichen während wir also auf unser kleineres neues modell warten testen wir neue möglichkeiten für die form und zwar mit silikon diese sprüh dose wird das neue interior piece des jahres und zwar auch aus dieser keramik gießmasse und damit wir eine form haben die wir wieder benutzen können machen wir jetzt eine negativ form davon mit diesem silikon den wir besorgt haben und damit testen wir das ganze jetzt reiner boom wieder verwendbaren form alles bestes in der theorie ist silikon top geeignet am allerwichtigsten die form ist wieder verwendbar also kein weiteres aufschneiden von irgendwelchen teuren formen sondern einmal eine form machen und die tausende male verwenden und außerdem ist es quasi unsere letzte option funktioniert diese option mit der silikonform nicht hat er jetzt mit mit einer elf bar ja hat er okay warum stelle ich die frage ich sehe es ist das projekt offiziell gescheitert gut oder der große große moment nach 48 stunden das ding ist ausgehärtet zum einen ist das jetzt gut um wirklich die modelle von der graffitidose zu machen zum anderen ist das auch der test für die porsche modelle so sieht das jetzt hier am ende aus ist im prinzip ein riesen silikonblock der die perfekte form für uns bedeutet und was sich schon mal gut anfühlt ich konnte es gut aus der form bekommen was hoffentlich auch bedeutet dass wir die graffitidose gut aus der form bekommen das ding ist wir müssen das jetzt so aufschneiden dass wir die dose raus bekommen und nachher das material diese keramik wieder gut rein gegossen bekommen krass alter das funktioniert ja bombastiko das sieht übelst krass aus also sofort neue masse angerührt und ausprobiert moment of truth wie sieht es aus und damit ist es entschieden das ist die perfekte methode nach so vielen wochen versuchen und problemen endlich ein licht am ende des tunnels ist doch geil das kann dann so ein schönes 29 euro produkt im shop sein weißt du wenn du nicht die 79 für ein porsche ausgeben willst und so auch der 3d druck mit der perfekten form ist jetzt endlich da noch nicht super clean aber dazu später mehr über die letzten tage haben wir dieses modell hier anfertigen lassen die anderen modelle sind uns einfach zu groß junge 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 aber wie viel aufwand da drin steckt das ist auch so krank also ich sag euch so wie es ist das ist einfach das ist einfach übel smartes ding aber was ich mir denke porsche wird es doch gar nicht so geil finden wenn du die eigenen auto modelle weiter verkauft es ist nicht strafbar so lizenzrechte und sowas ich weiß nicht ich würde sagen schwierig im verkauf ich mein ganz im ernst wer hat genug platz für so ein modell das hier ist eine größe die viel besser auf jeden schreibtisch passt die in jeden schrank passt die irgendwie auch von den proportionen her weiß ich nicht einfach cooler ist und genau davon machen wir jetzt wieder so eine silikonform und schauen ob das final wirklich unser porsche produkt sein kann oder nicht vor allem sie haben direkt zwei gemacht wie smart alter das sieht sehr perfekt aus um ehrlich zu sein ich werde das direkt begießen müssen groß moment vielleicht unsere finale form der ja es waren jetzt drei wochen hat diese scheiße vier wochen mit junge junge wollen weil dieses ding ja kleiner ist braucht es natürlich auch viel weniger material ist natürlich anders ops für den preis dann wird die gewinnmarge höher und es braucht vor allem nicht so lange zum aushärten testen hin und her das könnte jetzt der moment sein dieses zeug liebe ich wie am ersten tag das reichen gefühlt drei stunden von der perfekten form entfernt nach echten wirklichen fünf wochen des rumprobierens haben wir es tatsächlich geschafft und ein produkt erstellten mit dem ich glaube dass wir wirklich kohle verdienen wenn es das 3d modell nicht erstellen der zweiten form zerfetzt probleme sind aber wie unser finanzminister sagt nur dornige chancen weswegen wir uns dazu entschieden haben ein neues 3d druck modell zu erstellen und das in einem besseren verfahren mit viel höherem detail die masse an leuten die porsche so sehr feiern dass sie sich einen abdruck bestellen um ihn zu hause irgendwo hinzustellen ist glaube ich wirklich groß und das war auch mit abstand die aufwendigste porsche trade up oder trade up an sich produktsuche und produkterstellung jemals bisher haben wir aber kosten in höhe von oh scheiße form 100 euro 655 euro ja ich sag euch ehrlich ich habe mit mehr gerechnet ja mit mehr gerechnet ja komm aber das kriegst du rein wenn du so zwei dinger verkaufs in der nächsten folge kümmern wir uns um vermarktung und verkauf und beantworten die frage wie viel geld wir verdienen kommen wenn ihr das nicht verpassen wollt vergesst nicht den kanal zu abonnieren und diese ich werde es nicht verpassen ich verspreche video zu liken das war es von mir wir sehen uns im nächsten video wieder sehr nice sehr wild video wird geliked ich habe so bock es ist so geil aber mich zögert schon so ein bisschen ich habe eigentlich erwartet dass wir jetzt so richtige dicke gewinde sind aber gut